Musik Yo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Four Nights of Apocalypse Video. Damit geht's rein ins neue Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 139 und gehen rein in das unsichtbare Leiden. Eine alte Theorie wird aufgegriffen, ein altes Thema, über das wir schon öfters gesprochen haben, wird endlich enthüllt. Und ich muss sagen, dieses Kapitel hat mir nicht besonders gut gefallen. Also ich muss wirklich sagen, Nakaba hat mit diesem Kapitel wieder ein bisschen ein paar Sachen aufgemacht, die ich als unnötig erachte. Das finde ich braucht die Serie nicht, aber wir kommen natürlich wie immer auf alles zu sprechen und machen das fast mal wieder auf. Das muss ja leider sein, es wird also diese Woche hier wieder etwas grenzwertiger. Finde ich nicht so stabil, ich kann da gerne auch mal ein Auge zudrücken, weil so oft passiert das hier in der Serie nicht. Aber es ist schon etwas, das ich gerne nicht haben wollen würde in dieser Serie, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den babamäßigen Support und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Four Nights of Apocalypse verpassen wollt. Also schnell kann es losgehen mit dem Kapitel und meiner leidenden Review. Das Kapitel beginnt mit Myrtle, der wütend auf Nasiens reagiert, weil er sich in die Angelegenheiten des Fehlenclans einmischt, obwohl ihn als Menschen das eigentlich nichts angehen sollte. Nasiens besteht darauf, dass Myrtle den Kobold erstmal befragen sollte, bevor er zur Gewalt greift, aber Myrtle meint, für sie sei das nur ein Spaß und nichts weiter als ein Spiel oder Prank. Dementsprechend will Myrtle hier keine Zeit verschwenden und direkt zur Sache kommen. Nasiens will das Fehlenkind wieder zurückholen und die Eltern kontaktieren. Dafür soll der Imp sie zu den Eltern führen, aber Myrtle rastet aus und will sich selbst darum kümmern. Er schreit Nasiens an, dass er aus dem Fairy Realm verschwinden soll. Nasiens sagt dann, dass er verschwinden wird, sobald Percival wieder aufgewacht ist, aber das passt Myrtle nicht. Die beiden kämpfen also jetzt gegeneinander. Myrtle greift Nasiens an, aber Nasiens pariert die Treffer mit seinen beiden Klingen. Allerdings werden auch Nasiens Angriffe mit Leichtigkeit pariert. Myrtle drängt Nasiens zurück und schlägt ihm seine Klingen aus der Hand, sodass Nasiens zu seinen Nadeln greift und diese mit Henbane, also mit Teufelswurz, verzaubert. Myrtle wird voll getroffen, allerdings schalten die Nadeln ihn nicht aus, was sie ja eigentlich machen sollten, dass er irgendwie gelähmt oder paralysiert wird, was aber nicht passiert. Myrtle kickt Nasiens dann in die Magengrube und der geht direkt down. Er gewinnt also somit den Kampf, da Nasiens nicht mehr weiterkämpfen kann. Er holt sein Schwert hervor und schaut Nasiens an, beendet somit den Kampf. Er zieht aber nicht durch, was hier vermutlich bedeutet, dass er schon etwas zu wissen vermag zwischen den beiden, was ja die Theorie betrifft, dass wahrscheinlich Nasiens und Myrtle miteinander vertauscht wurden. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass er das vermutlich die ganze Zeit schon weiß und Nasiens nicht und deswegen so angepisst auf ihn ist. Theorie mischt sich dann ein und beschwört das Geschöpf Boss Sin, also das Schwein, das als Tattoo dargestellt wird von Merlin. Sie hat ja die besondere Fähigkeit, sieben Geschöpfe der Seven Deadly Sins beschwören und kontrollieren zu können. Das wissen wir soweit schon aus dem Origin Game. Da gibt es einige Screenshots, einige Leaks schon zu, zu den einzelnen Tieren und Geschöpfen aus dem Wald, die sie dann quasi als Anlehnung zu den Symbolen der Seven Deadly Sins beschwören und kontrollieren kann. Hier sehen wir zum Beispiel eine Hawk-ähnliche Figur, dementsprechend das Schwein hier und damit schmeißt sie Myrtle um und dieser wird in ein Feld mit Pilzen katapultiert, die ihn schwindelig machen. Myrtle zieht sich dann zurück und will das Kind wieder zurücktauschen, doch ihm wird plötzlich schlecht. Vermutlich dann der Nacheffekt von Nasiens Nadeln. Er holt dann aber eine Pille hervor und nimmt diese zu sich. Daraufhin verschwindet er mit dem Kind und bringt den Kobold dazu, ihn zu den Eltern zu führen. Was ich interessant finde, ist, dass wir auch hier in dieser Situation, in diesem Konflikt zwischen Nasiens und Myrtle sehen, dass er vermutlich Dinge tut, die nur ein Mensch tun würde. Also er nimmt im Fairy Realm eine Pille zu sich, weil er gegen Gifte oder gegen Begebenheiten vermutlich nicht anders bestehen würde. Er muss also diese Drugs, diese Drogen sozusagen zu sich nehmen, damit gewisse Einflüsse nicht auf ihn prallen. Vermutlich ist das die Herleitung hierfür und vermutlich auch die Herleitung dafür, dass der Angriff von Nasiens erst nicht funktioniert hat, weil er immer auf diese Pillen zurückgreift. So denke ich mir das zumindest. Nasiens und Theore gehen dann durch den Fairy Realm und Nasiens meint, dass Myrtle seit zwei Jahren schon einen Groll gegen ihn hegt, aber Theore sagt, dass Myrtle mit allen so umgehen würde, obwohl Nasiens das nicht so sieht. Theore meint, dass Nasiens Menschlichkeit für die anderen Fäden keine Rolle spielt. Alle anderen lieben Nasiens sehr, aber Nasiens fragt sich, warum King und Diane ihn manchmal so seltsam und traurig anschauen, was wir im letzten Kapitel schon gesehen haben. Und hier kristallisiert sich auch schon so ein bisschen etwas heraus. Ich habe den Eindruck, dass vermutlich gewisse Charaktere hier im Fairy Realm schon wissen, wer Nasiens ist, ihm das aber nicht sagen wollen. Also King und Diane sowieso, weil die ihn ja die ganze Zeit so anschauen. Vermutlich werden die das über die Zeit hin begriffen haben, dass Nasiens ihr richtiges Kind ist. Ich habe aber auch ein bisschen den Eindruck, als würden Theore und Myrtle, das wissen wir, weil Theore hier so tut, als würde sie Nasiens genau kennen und Myrtle wäre ja zu allen so, obwohl Nasiens genau auffällt, dass Myrtle nur zu ihm genau so gemein und böse ist und zu allen anderen Fäden voll nett. Und Myrtle will bei Nasiens nicht durchziehen, ihn einen Kopf kürzer machen, so mäßig. Dementsprechend denke ich, er hat hier auf jeden Fall einen persönlichen Groll gegen Nasiens aufgrund von den Dingen, die er schon weiß. Also müssen wir hier einfach mal schauen, ob sich das bewahrheiten wird. Die Theorie, dass Nasiens und Myrtle vertauscht worden sind, ist zu 99% sicher. Also ich denke, dafür haben wir genug Indizien, dafür haben wir genug Setup. Ist natürlich noch nicht bestätigt, aber darauf wird sicherlich hinauslaufen. Theorie unterbricht dann Nasiens Gedanken, schnappt sich seinen Hut und führt Nasiens zu einem See, an dem die beiden sich entspannen können. Theorie fragt Nasiens dann, weshalb er den Imp, also diesen Kobold, vor Myrtle beschützt hat, obwohl er ganz klar zu weit gegangen ist mit seinem Prank. Aber Nasiens erklärt, dass auch er, damals als Kind, ausgetauscht worden ist und so nur zu der Person werden konnte, die er heute ist. Nasiens ist also nicht sauer auf seine wirklichen Eltern. Er ist glücklich, bei Ordo aufgewachsen zu sein und Percival schlussendlich getroffen zu haben. Nasiens meint also, er habe ein gutes Leben gehabt, auch wenn andere das vermutlich anders einschätzen würden. Er ist also schlussendlich froh darüber, was seine Eltern getan haben. Die beiden kommen dann am See an und Theorie zieht sich komplett aus, was wieder völlig unnötig ist, aber das werde ich gleich ein bisschen weiter aufrollen. Nasiens findet das nicht gut und Theorie drängt ihn dazu, sich ebenfalls zu entspannen und spricht hierbei an, dass er wohl ja gar kein Junge ist, wenn er sich so unwohl in seinem Körper fühlt oder zumindest mit der Situation, dass man von ihm sein richtiges Geschlecht nicht kennen würde. Und damit endet dieses Kapitel hier. Das ist natürlich ein Indiz, ein weiteres Indiz dafür, dass Nasiens vermutlich doch ein Mädchen ist. Also hier wird es extra so krass als Cliffhanger aufgebaut. Ich denke, da haben wir in der Vergangenheit der Serie des Öfteren schon Indizien für bekommen. Wir hatten beispielsweise diesen Moment im Delft-Lehrgebirge, als Donnie und Percival Pinkeln gehen wollten. Und Nasiens ist nicht mitgegangen, als Anne ihn darauf angesprochen hat. Oder als sie zu Babys geworden sind, hat man im Manga gesehen, dass Donnie runtergeschaut hat und mit dem Finger auf Nasiens gezeigt hat. Vermutlich, weil er dort nicht etwas gesehen hat, wovon er gedacht hätte, dass er etwas sieht, so mäßig. Also da gab es auf jeden Fall schon so einige Dinge. Anne hatte ja damals auch immer gesagt, dass Nasiens ein Geheimnis trägt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht weiter tragisch oder schlimm. Versteht mich nicht falsch. Das ändert ja den Charakter Nasiens nicht. Ich habe ja damals in den ersten Kapiteln schon gesagt, vermutlich wird es entweder darauf hinauslaufen, dass er entweder homosexuell ist oder er ist ein Mädchen und das Geschlecht wird später revealed, so mäßig. Das ändert ihn ja nicht. Nasiens bleibt Nasiens und darum geht es hier auch in diesem Arc, dass er so ein bisschen seinen Charakter findet, dass er weiß, woher er kommt, dass er einfach eine gewisse Identitätskrise aktuell vielleicht hat und diese durchlebt und sich weiterentwickeln kann. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum er kräftetechnisch nicht so angehoben wurde, wie zum Beispiel Anne oder Donnie. Ich sage ganz ehrlich, das spielt eigentlich keine Rolle, ob Nasiens jetzt ein Junge ist oder ein Mädel ist, das ändert seinen Charakter nicht. Ich finde, es macht ihn weder schlechter noch besser. Ich habe da die gleiche Meinung zu Nasiens wie auch zuvor, vor allem, weil wir diesen Gedanken, dass er ein Mädel ist, ja schon länger hatten und schon öfter darüber gesprochen haben. Von daher ist das kein Geheimnis mehr, dass das jetzt anscheinend wirklich in diese Richtung geht. Ich finde aber, dass Nakaba sich ein bisschen was entgehen lässt, dadurch, dass er das Ganze hätte hier vom Potenzial her zeitgemäßer machen können. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung, wenn ein Mangaka, gerade im schonen Bereich, was das beliebteste im ganzen Anime-Manga-Segment eben nun mal ist, hier etwas diverser aufgestellt wäre. Und Nasiens wäre eigentlich ein perfekter Punkt dafür gewesen und dementsprechend finde ich es schade, dass man hier eher in seinen alten Stereotyp fällt, anstatt sich ein bisschen neu zu versuchen. Ich hätte das cool gefunden, aber wie gesagt, es ändert meine Meinung zu diesem Charakter nicht und ob jetzt so oder so, ist eigentlich egal. Aber es wird hier natürlich als Cliffhanger verwendet. Kommen wir aber mal auf das wirkliche Problem des Kapitels zu sprechen, und zwar Theorie. Ich bin wirklich der Meinung, dass Theorie der schlechteste Charakter der Serie bisher ist. Also mir fällt kein Charakter ein, den ich schlimmer finde oder weniger auch mag als sie, weil sie ist einfach nur dumm, nervig, albern, naiv und ein Sexobjekt. Theorie ist ja bestätigt schon die jüngste der sieben Kinder von King und Diane und das ist wieder so ein Fader-Beigeschmack, sag ich ganz ehrlich. Also wir kennen das Alter nicht, es ist ja auch theoretisch nicht so wichtig, aber in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, ist es einfach wieder nur weird, dass sie sich hier auszieht und Nakaba das so in Szene setzt. Ey, ich sag ganz ehrlich, ich möchte das nochmal sagen, ich drücke da sogar an solchen Stellen beide Augen zu und will das eigentlich gar nicht thematisieren, weil solche Fanservice-Edgy-Aspekte in Four Nights of Apocalypse wenig zur Geltung kommen. Also das muss man wirklich mal fairerweise sagen. Wir haben fast 150 Kapitel und ich glaube in drei oder vier Kapiteln haben wir Fanservice bekommen. Sonst ist das völlig Story-Fokussiert, World-Building-Mystery-Fokussiert. Von daher spielt das keine Rolle. Selbst im Anime werden diese ganzen Fanservice-Dinger geskippt und nicht wirklich thematisiert, was ich wichtig und richtig finde, weil man da einfach nur unnötig Angriffsfläche bietet und dem Werk das negativ auslegt. Das kann man ja auch kritisieren, versteht mich nicht falsch. Dementsprechend, ja, ist es einfach eine Sache, die unnötig ist. Also das hätte Nakaba nicht machen müssen und Theore ist ein nerviger Scheiß-Charakter. Also, wie gesagt, die denkt, sie ist die lustigste und bei ihr lacht niemand außer sich selber. Sie geht jedem auf den Nerv. Sie gibt Triss dann recht, obwohl sie Percival nicht mal kennt. Also, Digga, sie soll einfach die Fresse halten. Was ist das denn? Und zum anderen ist sie dann auch noch ein Sex-Objekt, das nur dazu da ist, gut auszusehen, ein paar Ass-Shots zu bieten und sich komplett nackig zu machen. Also, das ist ja wirklich, wirklich Quatsch. Da muss man wirklich wieder sagen, das ist schade, dass Nakaba in so seine alten Stereotypen an weiblichen Charakter fällt und es nicht schafft, Theore besser zu gestalten. Nicht designtechnisch, sondern character-wise. Dafür haben wir andere Beispiele, wie zum Beispiel Ann. Die ist ja ein weiblicher Charakter, der auf jeden Fall viel, viel besser geschrieben ist und auf jeden Fall vermutlich auch das Beste aus den weiblichen Charakteren rausholt, was Nakaba betrifft. Also, ich finde Ann auch jetzt schon besser als Elisabeth oder Merlin oder so aus Taizai. Ja, Theore vermutlich noch schlimmer als Diane damals. Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen zu früh, das sagen zu können und bewerten zu können. Aber ja, ist auf jeden Fall nervig. Und sie ist der größte Punkt, wo ich sage, dieses Chapter hat mir nicht gefallen, weil sie bringt das Ganze wieder in so eine Richtung, in so eine unnötig cringige Richtung, die das Werk eigentlich nicht ausmachen sollte. Und Nakaba kann gerne auf solche Dinge verzichten. Ich finde das so schade, weil das Werk macht so viel richtig und dann kommt ein Kapitel, was dann wieder so diese alten Tropes von Nakaba auffährt, die ich nicht feiere. Wo man definitiv Seven Deadly Sins für kritisieren konnte, bringt er dann hier so ein bisschen rein, aber dann auch nicht so ultra krass. Ich kann hier natürlich meine Augen zudrücken und sagen, ey, das ist nicht der Fokus. Das wird in drei, vier Kapiteln wieder irrelevant sein. Theorie wird eh keine Rolle spielen. Von daher juckt eigentlich nicht. Es sollte eigentlich nicht jucken. Aber es sind so unnötige Sachen einfach bei den ganzen guten Aspekten, die das Werk zu bieten hat. Das macht es ein bisschen schade irgendwie. Und da verstehe ich auch die Entscheidungen von Nakaba nicht. Vielleicht liegt es auch am Editor, das weiß ich nicht. Damals bei Taisei lag ja vieles an dem und nicht eben an Nakaba. Und ich finde in Four Nights, was ja der wahre Wert von Nakaba ist oder der Kern ist, was er immer schreiben wollte, merkt man auch, dass das viel weniger zur Geltung kommt. Dementsprechend könnte es vielleicht auch am Editor liegen. Aber muss man mal schauen. Da möchte ich kurz eine Theorie aufgreifen, die letztes Mal jemand in die Kommentare reingeschrieben hat. Und zwar, dass Mörtel möglicherweise ein langfristiger Gegner für Nasens sein könnte. Sobald er erfährt, dass er ein Mensch ist und nicht wirklich der Sohn von King und Diane, sollte es sich herausstellen, dass er das nicht jetzt schon weiß. Also, da können wir vielleicht sogar hingehen und sagen, dass er vielleicht sogar ein Ritter von Arthur wird und vielleicht sogar ein langfristiger Gegner von Nasens werden könnte, damit Nasens auch einen Bezug zum Mainplot hat. Weil jetzt wird das aktuell alles so ein bisschen Sidequest-mäßig abgehandelt. Das hat alles jetzt hier in dem Wald und mit Nasens noch nicht wirklich viel mit Arthur und seinen Rittern zu tun. Aber mit Mörtel könnte man die Brücke dazu schlagen. Also, das wäre auf jeden Fall interessant. Das nächste Kapitel heißt Form der Wahrheit, was sich auf Nasens vermutlich beziehen wird. Vielleicht geht Nakaba nochmal in diese Trans-Richtung oder so etwas. Aber ich glaube, das ist zu speziell gehalten so mäßig, als dass es in einem Battleschonen vorkommen würde. Aber ich würde es eigentlich ganz okay finden, wenn Nakaba das machen würde. Dann, wie gesagt, wäre er etwas diverser aufgestellt und das Ganze würde einen zeitgemäßeren Vibe kriegen. Und kurze Ansage an alle Leute, die denken, dass es irgendwie Schwachsinn ist oder Vogue-Gelaber oder sonstiges. Kommt mal bitte in der Realität an. Ihr seid keine Höhlenmenschen mehr. WTF, Digga. Wenn das jetzt auf Krampf passieren würde, dann würde ich vielleicht auch sagen, das muss man jetzt nicht unbedingt in diese Richtung schieben, wie das jetzt vielleicht einige Filme oder Serien machen. Aber gerade in dem Kontext von Nasens, wo das vernünftig writing-technisch plausibel aufgearbeitet worden ist, macht es ja nur Sinn, so eine Schiene zu fahren. Und wer sich generell nur aus Prinzip an so etwas stört, ich sag's ganz ehrlich mit einem klaren Ton, der ist ein Hurensohn. Ganz einfach. Mensch ist Mensch und wer andere aufgrund von so etwas diskriminiert, der sollte angespuckt werden, meiner Meinung nach. Also das nochmal als starkes Schlusswort. Lasst mir gerne eure Meinung zu den ganzen Punkten unten in den Kommentaren da und natürlich wie immer für den Support einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Nasens ist ein cooler Charakter, ob Mann oder Frau oder irgendwas anderes. Theorie ist scheiße, dementsprechend ist alles gesagt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, ich wünsche euch was, haut rein und ciao! Euer schön! Untertitelung des ZDF, 2020